In dieser Folge sehen wir uns ein paar Regeln der Rigorosität an von dem Millionen-Bestseller-Autor Jim Collins. Hallo, hier ist Alex Rusch in meinem Audio-Studio am Hauwillersee in der Schweiz. Heute geht es um das Thema Mitarbeiter. Wir alle wissen, wie wichtig Mitarbeiter sind für den Erfolg einer Firma. Im Rusch Verlag sind ja zahlreiche Millionen-Bestseller erschienen als Hörbücher. Und darunter auch der Millionen-Bestseller «Der Weg zu den Besten» von Jim Collins. Auf Englisch «Good to Great». Ich glaube, das ist das bedeutendste Buch von Jim Collins und er wird sehr oft zitiert in Amerika. Ich habe nun für Sie einen Auszug aus diesem Millionen-Bestseller ausgesucht. Ein Unterkapitel mit dem Titel «Regeln der Rigorosität». In unserer Studie fanden wir drei grundlegende Regeln, an denen man gut ablesen kann, was es heißt, rigoros zu sein und nicht rücksichtslos. Regel 1. Im Zweifelsfall nicht einstellen, sondern weitersuchen. Eines der unveränderlichen Gesetze des Managements ist Packards Gesetz, benannt nach David Packard, der es uns in einer vorangegangenen Studie verriet. Kein Unternehmen ist in der Lage, seine Umsätze auf Dauer schneller zu steigern als seine Fähigkeit, genügend geeignete Leute einzustellen, um das Wachstum zu realisieren und dabei noch zu einem Spitzenunternehmen zu werden. Wenn das Umsatzwachstum dauerhaft das Mitarbeiterwachstum schlägt, wird oder kann man ganz einfach kein Spitzenunternehmen aufbauen. Wer ein Spitzenunternehmen aufbaut, weiß, dass die Wachstumsbremse für jedes Unternehmen nicht Produkte, Märkte, Technologien oder Wettbewerb sind, sondern vor allem eins. Die Fähigkeit, genügend geeignete Leute zu rekrutieren und zu halten. Das Management von Circuit City verstand Packards Gesetz sofort. Als ich vor ein paar Jahren am zweiten Weihnachtstag durch Santa Barbara fuhr, bemerkte ich etwas Neuartiges an den Geschäften von Circuit City. Die Konkurrenz warb mit Slogans wie immer unschlagbare Preise oder Schlussverkauf. Bei Circuit City hingegen konnte man lesen, immer auf der Suche nach guten Leuten. Das Interview mit Walter Brookert, dem Vizepräsidenten von Circuit City in den Jahren des Take-offs, kam mir in Erinnerung. Befragt nach den fünf wichtigsten Kriterien für die Entwicklung eines Unternehmens vom Mittelmaß zur Spitze, antwortete Brookert, erstens die Leute, zweitens die Leute, drittens die Leute, viertens die Leute und fünftens die Leute. Die Veränderung unseres Unternehmens verdankt sich zum Großteil dem Umstand, dass wir die richtigen Leute ausgewählt haben. Brookert erwähnte im Anschluss daran ein Gespräch mit dem damaligen CEO Alan Wurzel. Alan, ich bin am Ende. Ich finde einfach nicht die passende Person für diese oder jene Stelle. Wann kann ich einen Kompromiss eingehen? Ohne zu zögern, antwortete Wurzel, Es gibt keinen Kompromiss. Solange wir nicht die richtige Person haben, müssen wir eben improvisieren. Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Alan Wurzel von Circuit City und Sydney Cooper von Silo ist der Umstand, dass Wurzel seine Zeit in den ersten Jahren vor allem damit verbrachte, die richtigen Leute zu finden. Während Cooper 80 Prozent seiner Zeit mit Überlegungen verbrachte, welchen Laden er kaufen sollte. Wurzels vorrangiges Ziel war es, das beste und professionellste Management in der Branche aufzubauen. Coopers Ziel war einfach, so schnell wie möglich zu wachsen. Circuit City machte es sich zur Priorität, auf allen Firmenebenen mit Top-Personal besetzt zu sein, vom Fahrer in der Auslieferung bis zum Vizepräsidenten. Silo eilte schon bald der Ruf voraus, nicht mal mit den einfachsten Dingen klarzukommen, beispielsweise ein Produkt unversehrt bis zur Haustür des Kunden zu liefern. Denn Rexinger zufolge legte man bei Circuit City größten Wert auf qualifizierte Fahrer. Wir sagten ihnen, ihr seid der letzte Kontakt, den Circuit City mit den Kunden hat. Wir werden euch Uniformen zur Verfügung stellen. Wir erwarten, dass ihr euch rasiert und keinen unangenehmen Körpergeruch verströmt. Ihr werdet professionelle Arbeit leisten. Die Reaktion war überwältigend. Die Leute schrieben uns, um sich für die Zuvorkommenheit der Fahrer zu bedanken. Nachdem Wurzel fünf Jahre im Amt war, hatten Circuit City und Silo im Grunde noch immer die gleiche Geschäftsstrategie. Sie hatten immer noch dieselben Antworten auf die Was-Fragen. Aber Circuit City ging ab wie eine Rakete und hängte in den 15 darauf folgenden Jahren die durchschnittliche Börsenentwicklung um das 18,5-fache ab, während Silo vor sich hin stolperte, bis das Unternehmen schließlich übernommen wurde. Gleiche Strategie, andere Leute, andere Resultate. Regel 2. Wenn man eine Personalentscheidung treffen muss, sollte man sofort handeln. Sobald man den Eindruck hat, dass man jemanden ständig kontrollieren oder anleiten muss, weiß man, dass man die falsche Person eingestellt hat. Wir alle kennen die Situation. Wir haben die falsche Person an Bord und alle wissen es. Aber anstatt zu handeln, warten wir ab, vertagen die Entscheidung, probieren Alternativen, investieren Zeit, versuchen es mit einer dritten und vierten Chance und hoffen, dass sich die Situation bessert. Aber es wird nicht besser. Zu Hause reden wir mit unserem Partner über diesen Mitarbeiter oder denken zumindest an ihn. Das Schlimmste daran ist, dass uns all die Zeit und Energie, die wir an diese Person verschwenden, fehlt, um mit den fähigen Kollegen zusammenzuarbeiten. Aber wir machen einfach weiter, bis diese Person von selbst geht, zu unserer großen Erleichterung. Oder wir endlich handeln, auch dies zu unserer großen Erleichterung. Und die ganze Zeit über fragten sich die guten Leute im Unternehmen, warum man so lange gewartet hat. Die falschen Leute an Bord zu haben, ist gegenüber all den richtigen Leuten nicht fair, weil diese unweigerlich alle Unzulänglichkeiten ausbügeln müssen. Im schlimmsten Fall kann es soweit kommen, dass die guten Leute das Unternehmen verlassen. Leistungsbereite Mitarbeiter motivieren sich im Wesentlichen durch Resultate. Wenn sie sehen, dass sie nicht so viel erreichen, wie sie erreichen könnten, weil sie zusätzliches Gewicht mit sich herumschleppen, führt das bei ihnen zu Frustrationen. Entscheidungen auf die lange Bank zu schieben, ist aber auch unfair gegenüber den Leuten, die von Bord gehen müssen. Sobald man weiß, dass eine Person für die Position nicht geeignet ist, muss man ihr dies sagen. Sonst stiehlt man ihr Zeit, die sie dazu verwenden könnte, eine andere Position zu finden, auf der sie sich weiterentwickeln kann. Wenn wir ehrlich sind, hat das Zuwarten ja meist nichts mit der Sorge um die Person zu tun, sondern mit unserer Bequemlichkeit. Auch die falschen Leute erledigen einigermaßen ihre Aufgaben und es würde eine riesengroße Anstrengung bedeuten, sie zu ersetzen. Deshalb gehen wir dem Problem aus dem Weg und warten. Aber die ganze Zeit über fragen sich die fähigen Leute im Team, wann werden die endlich was tun? Wie lange soll das denn noch so weitergehen? Anhand von Moody's Company Information Report untersuchten wir die Personalveränderungen in den Chefetagen. Wir konnten keinen Unterschied in der Fluktuation zwischen Take-off-Unternehmen und den Vergleichsunternehmen feststellen. Was wir gleichwohl entdecken konnten, waren Unterschiede in den Mustern der Fluktuation. Im Top-Management der Take-off-Unternehmen fanden wir ein zweipoliges Muster. Entweder blieben die Leute sehr lange oder sie waren ganz schnell wieder weg. Mit anderen Worten, die Take-off-Unternehmen warfen nicht mehr raus, sie warfen besser raus. Die Take-off-CEOs entschieden sich von Anfang an für Top-Leute und versuchten diese dann so lange wie möglich zu halten. Irrten sie sich dennoch, zogen sie so schnell wie möglich die Konsequenzen, damit diese Leute mit ihrem Leben und sie mit ihrem Geschäft weitermachen konnten. Die Take-off-CEOs trafen keine überstürzten Entscheidungen. Oft ließen sie es sich einige Anstrengung kosten, herauszufinden, ob jemand vielleicht nur an der falschen Stelle saß, bevor sie sich von ihm oder ihr trennten. In den ersten beiden Jahren bei Gillette verbrachte Coleman Mockler 55 Prozent seiner Arbeitszeit damit, ein Management-Team aufzubauen. 38 von 50 Positionen besetzte er neu. Mockler dazu im Interview Jede Minute, die man damit verbringt, die richtige Person auf die richtige Position zu befördern, spart einem später mehrere Wochen. Ellen Wurzel schrieb uns einen Brief, nachdem er die erste Fassung dieses Kapitels gelesen hatte. Mit ihrer Betonung, wie wichtig es ist, die richtigen Leute an Bord zu holen, haben sie völlig recht. Daraus folgt aber etwas, das ebenfalls sehr wichtig ist. Ich habe viel darüber nachgedacht, wer wo im Bus sitzen soll. Ich nannte das, eckige Pfähle in eckige Löcher und runde Pfähle in runde Löcher stecken. Anstatt anständige und fähige Leute zu feuern, nur weil ihre Resultate nicht ganz stimmten, habe ich versucht, sie ein- oder zweimal umzutopfen, um zu sehen, ob ihre Arbeit woanders Früchte tragen würde. Es kann eine Weile dauern, bis man mit Sicherheit weiß, ob jemand nur an der falschen Stelle im Unternehmen eingesetzt wird oder ob er oder sie grundsätzlich nicht zum Unternehmen passt. Unabhängig davon handelten die Take-off-CEOs sofort, wenn sie eine Personalentscheidung treffen mussten. Aber woher weiß man, wann man handeln muss? Zwei Fragen können hierbei hilfreich sein. Erstens, würden Sie diese Person noch einmal einstellen? Anstelle von, soll diese Person von Bord gehen? Und zweitens, wenn diese Person zu Ihnen käme und Ihnen sagte, dass sie wegen eines tollen Angebots das Unternehmen verlassen will, wären Sie dann schrecklich enttäuscht oder insgeheim erleichtert? Regel 3. Setzen Sie Ihre besten Leute auf die besten Chancen an, nicht auf die größten Probleme. In den frühen 60er-Jahren machten R.J. Reynolds und Philip Morris die größten Gewinne im Inlandsgeschäft. R.J. Reynolds' Einstellung zu Geschäften im Ausland lässt sich etwa so zusammenfassen. Wenn jemand irgendwo auf der Welt eine Camel haben will, soll er uns anrufen. Joe Cullman bei Philip Morris hingegen hatte ganz andere Ansichten. Er sah in den internationalen Märkten die einzige Chance für langfristiges Wachstum, obwohl sein Unternehmen damals nur 1% der Umsätze im Ausland erwirtschaftete. Cullman bastelte an der besten internationalen Strategie und hatte plötzlich eine Idee. Die Frage lautet nicht, was, sondern wer. Er zog seinen besten Mitarbeiter George Weisman vom Inlandsmarkt ab und gab ihm den Bereich Weltmärkte. Zum damaligen Zeitpunkt lief international so gut wie nichts. Philip Morris hatte eine winzige Exportabteilung und je eine ums Überleben kämpfende Niederlassung in Venezuela, Kanada und Australien. Als George in die internationale Abteilung versetzt wurde, fragten sich viele, was er falsch gemacht hatte, erzählte einer von Georges Kollegen. Ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf stand, erinnerte sich Weisman. Da war ich gestern noch für 99% des Unternehmens verantwortlich und heute war es gerade mal noch 1%. Das Wirtschaftsmagazin Forbes bezeichnete Cullmans Entscheidung, Weisman in den kleinsten Unternehmensbereich zu versetzen als Geniestreich. Der weltgewandte und hochintelligente Weisman war genau der richtige Mann, um Märkte wie den europäischen zu entwickeln. Er machte aus dem internationalen Geschäft den am schnellsten wachsenden und heute größten Geschäftsbereich des ganzen Unternehmens. Unter Weisman wurde Marlboro zur meistverkauften Zigarette der Welt. Und das drei Jahre, bevor sie in den USA zur Nummer 1 wurde. Beim Vergleich zwischen RJR und Philip Morris wird ein Muster sichtbar. Die Take-off-Unternehmen setzten ihre besten Leute immer dort ein, wo sie die größten Entwicklungsmöglichkeiten vermuteten und nicht etwa dort, wo es Probleme gab. Die Vergleichsunternehmen hatten die Tendenz, sich genau konträr zu verhalten. Sie verstanden nicht, dass das Managen der Schwächen höchstens zu einem guten Unternehmen führen kann, das Managen der Chancen hingegen zu einem Spitzenunternehmen. Wenn man sich dafür entscheidet, seine Probleme loszuwerden, sollte man dadurch nicht auch seine besten Leute verlieren. Das ist eines der kleinen Geheimnisse eines erfolgreichen Wandels. Wenn man den besten Leuten einen Platz im Bus garantiert, werden sie eher bereit sein, einen Kurswechsel mitzumachen. Das war ein Ausschnitt aus dem Millionen-Bestseller «Der Weg zu den Besten» von Jim Collins. Erschienen im Rouge Verlag. Weitere Informationen über dieses Hörbuch finden Sie auf www.jimcollins.de Ich denke, das war äusserst spannend, insbesondere für die Unternehmer und die Führungskräfte unter Ihnen. Lassen Sie diese Inhalte einmal auf sich wirken. Der Weg zu den Besten gehört übrigens auch zu den Lieblingsbüchern und Hörbüchern von Prof. Dr. Jörg Knoblauch. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020